Heute möchte ich das Buch Wettwebbelt von Lisa Evans empfehlen. Es ist 2018 erschienen und wie man schon an dem Untertitel Don't laugh, he's dangerous, sieht, ist der Wettwebbelt nicht so lustig, wie er sich anhört, sondern er ist ziemlich gefährlich. Wettwebbelt ist das Kuscheltier von der kleinen Schwester, der Hauptperson dieses Buches, und zwar von Fitch. Ja, es ist eine Art moderne Version von Alice im Wunderland und Fitch und ihr ziemlich komischer Cousin Graham geraten auf mysteriöse Weise in das Land der Wimpfis und dort müssen sie feststellen, dass viele Kuscheltiere der Schwester lebendig geworden sind und nicht alle nur etwas Gutes im Sinn haben. Obwohl das jetzt ziemlich spannend klingt, ist die Geschichte auch sehr lustig und ich kann sie empfehlen für alle Kinder ab ca. acht oder neun Jahren, die gern etwas Lustiges und Spannendes lesen und auch für Erwachsene ist das Buch noch ziemlich lustig und man kann es in der North Vancouver City Library ausleihen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Jepp Vous von